Also die Passage Carrie hat mir sehr gut gefallen. Ich kannte das Musical vorher gar nicht und von daher ist das toll, dass man das heute mal so ausschnittsweise gesehen hat. Und ja, ich finde es super, weil es sehr authentisch von Sabrina Weckerlin war das, oder? Ja, war gut erkannt. Ja, musste man wirklich gucken. Und Sabrina Weckerlin ist ja sowieso fantastisch und trifft jeden Ton und das hat sie auch sehr authentisch gespielt und ja, ich fand es fantastisch. Hat mir viel Freude gemacht.